Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hamburg-Journal am Dienstag. Das Hauen und Stechen in der Hamburger FDP geht auf Wackers. Dankeschön, Susanne Daubner. In der Medizin geht es bei der Fahndung nach einer Diagnose manchmal zu wie bei... Mehr zu der dramatischen Suche nach einer lebensrettenden Therapie. Heute Abend in der Sendung Abenteuerdiagnose um 21.10 Uhr hier im NDR Fernsehen. Früher hießen sie Heiliger Antonius, Nikolaus oder Sankt Martin. Neuzeitliche Ikonen heißen Michael Jackson, Angelina... In Deutschland werden jedes Jahr 15.000 Kinder Opfer sexueller Gewalt. Das sind die Taten, die offiziell angezeigt werden.